Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten OMSI 2 Let's Play. Ja, und wir befinden uns jetzt heute auf Oberstadt V2. Ja, wir werden heute die Linie 24 fahren. Und zwar von Kloschowhne fahren wir zum Fernbahnhof geht das Ganze. Ja, ich zieg mal nur ein Stück kurz den Bus nach vorne. Dann sehen wir doch alles. Ja, geringer, okay, gut. Ja, wir fahren sonntags. Das heißt, äh... Wir fahren nämlich sonntags, denn, ja, muss auch sein. Und wir fahren natürlich mit dem realen Wetter Stuttgart. Das auf jeden Fall so bleiben wird. Ja, es ist morgens. Das heißt, äh, ich bereite jetzt alles mal vor. Und zwar, wir fahren die Linie 24 ist es. Genau, Kloschowhne zum Fernbahnhof. Genau. Ja, die Fahrtbeginnung 5.29 Uhr. Das heißt, ich stelle mal ein, das ist die 0... 24... 0,0... Route müsste die 1 sein. Dann ist die Route 2. Von Bahnhof. Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob das alles so richtig ist. Jo, ist das sogar. Passt. So, dann mache ich hier nochmal Licht erstmal an. Brauchen wir die Doppelbelleuchtung? Ja, gucken wir mal. Brauchen wir nur die Leuchtung? Ja, nee. Guck mal da. Ja, das ist die gleiche Beleuchtung. Ach komm, machen wir alles an. Verlicht, sag. So, ja. Wir haben noch 23 Minuten Zeit, deswegen... Oh, hä. Deswegen tue ich mal ein bisschen hier vor. Stellen auf... 27. Ja, am Hechtemorten fahren wir. Hey, wake up! Und... Ja. Hey, wake up! Hey, wake up! Hey, wake up! Hey, wake up! Ja. Genau. So, dann würde ich mal sagen, wir leisten die Leute schon mal einsteigen. Denn wir haben noch eine Minute Zeit. Guten Tag. Hallo, neun. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte einmal 9 Uhr Tagskarte. Ja, 9 Uhr. Ihr wisst schon, wieviel Uhr was hatte. Ich wollte doch einen Fahrschein. 5 Euro und 30, 55, 6, 8, 10. Bitteschön. Ah, die haben die Hamburger trainiert. Okay, alles klar. Ja gut, das ist ein paar Schuss auch. Äh, ja. Wir haben gleich Abfahrt. Das heißt... Handbremse. Raus- und Abfahrt des Busses. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Oberstadt V2. Ah, okay. Auch ohne Lichtsignal. Ja gut, aber dann muss ich jetzt schielen. Wenn der jetzt alle kommen tut. Ne, keine Ahnung. Dann fahre ich doch wirklich Lichtsignal raus. Dann fahre ich mir das auch schon wieder lieber. Ja, wir fahren auf Oberstadt. Wird schon lange nicht mehr gefahren dort. Um, 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 um. Nächste Malte-Stelle, Posenberg. Muss mich ja schon wieder dran finden hier. Deswegen nimmst du mir nicht Mügel, falls ich irgendwie mal so kleine Fehlerchen drin hab oder so. Bin schon lange nicht mehr in die Map gefahren. Nee, jetzt nicht. Ich bin in der Hoffnung. Ich bin in der Hoffnung. Und weiter geht es. Ja, die Fahrt geht so knappe 30 Minuten, ne? Ja, muss ich mal schauen, wie ich das jetzt zaubere. Nächste Malte-Stelle, Pralsdorf. Hey, wake up. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, denn, äh... Hey, wake up. Hey, wake up. Dann jetzt weiß ich nicht, wo es weitergeht. Ah, alles klar, okay. Jetzt weiß ich, ich muss jetzt einmal hier in den Kreisverkehr reinwurschen. Also, Leute, das von Oberschritt, also, wenn ihr es gerade seht, ihr müsst da auf jeden Fall, ähm... Ja, wie soll ich das jetzt jetzt sagen? Ja, ihr müsst auf jeden Fall auch mal schauen, weil... Mann, 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 Mann. Es gibt nicht Sinn. Bitte einmal Einzelfahrt-Großbereich. Ja, ihr müsst auch mal schauen, weil, ähm... So viele Schränken sind ja schon gut gebaut worden, denn... Ja, das sieht man dann auch. Ja, 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 ja. Nächste Haltestelle, in der Mühle. Genau. Oh, okay, gut, hier, so geht das nicht. Okay, da war er, ja. Und, was war da wieder mal? Keine Ahnung, was... Denn, ja... Wieder nach rechts? Hä? Okay. Wieder nach rechts. Okay, wir haben alles klar, wir sind ja schlecht. Ja, verzeiht mir das bitte, was hier gerade abläuft, denn, äh, ja... Schon ein bisschen komisch. Ah, jetzt, okay, alles drauf, verstehe ich. Ja, das ist ja die Linie hier. Ah, ja. Wie, keine Stoffen, die Linie, die da war. Aber, ja, okay, das passt ja alles. Hey, wake up! Oh, hier ist er draußen, dann geht es auch schon weiter. Oh, hier ist er draußen, dann geht es auch schon weiter. Nächste Haltestelle, Betriebshof Gieseler Straße. Ja, ihr seht, ähm, wieder mal alle Linien, das bedeutet, wir gehen wieder auf die Autobahn. Was mir ja natürlich wieder gefällt hier, denn, ich fahre ja gar nicht mehr Autobahnen, das wisst ihr, ja? Und, gut, da hätte ich vielleicht sogar auch den MBN UEL nehmen können, aber, ähm, ja, den hatte ich ja heute schon mal und, deswegen wollte ich den jetzt nicht nehmen. Und, ja, meine Hunde wieder Autobahn zu fahren, macht ja auch mal wieder Spaß, ne? Gut, jetzt fahren wir halt mit dem, ähm, ja, mit hier, mit diesem. Und, da schauen wir doch mal, ja, wie weit wir denn so kommen. Denn, alles klar, okay, Loading AI, wie immer. Denn ich werde auf jeden Fall, ähm, ja, mach ja, meine Loading AI, wie immer, also, ich bin schon da bei 90Kamera, wir freuen mich, dass es keine Zeit zu lassen. Und, wenn man um sie, um sie, um sie will, ja, ich stecke hier schon fast bei, ja, auf 85Kamera. Und, ja, und der Bus ist getrosselt. Und, Leute, ich hatte früher mal Busse, da könnte ich 25 auf der Autobahn ziehen, war kein Problem. Aber jetzt, naja, ein bisschen Realismus. Realismus, ich meine, das ist ja wirklich auch vollkommen okay. Aber trotzdem, ne? Ja, Freunde. Jetzt kommen wir nach Oberschottwein. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, ich hab hier gleich ne Verfrühung drin, die kracht. Das ist kracht. Eher gesagt, und, äh, ja. Das heißt, drei Minuten lang abziehen, äh, drei Minuten abziehen, äh, doch, halt, ja, absitzen. Oh, meia. Ja, dann werden wir das auch mal machen. Mann. Ja, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder zum zweiten Teil. Dann mach ich jetzt hier mal kurz ne kleine, äh, ja, ne kleine Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder zum zweiten Teil. Bisschen nach euch.